Ich bin Kind Nummer 302 meines Vaters und trotzdem bin ich heute König. Von Abumbi II. lebt mit acht Frauen und rund 40 Kindern im Palast von Bafut. Dass Abumbi König wurde, war nicht immer klar, denn die Nachfolge tritt nicht wie in Europa der älteste Sohn des amtierenden Königs an. Der Thronfolge wird in Bafut vom König und einem Rat von Stammesältesten aufgrund seiner Kompetenzen ausgewählt. Der Thron wird von seinem Volk verehrt und als unantastbar betrachtet. Er ist niemals in der Öffentlichkeit und seine Hand darf nur schütteln, wer von Thron persönlich dazu aufgefordert wird. Meine größte Herausforderung besteht darin, einen Weg zwischen Moderne und Tradition zu finden. Die jungen Leute wollen alle sehr modern sein, die älteren jedoch möchten noch so leben wie ihre Vorfahren. Das bringt ein gewisses Generationenproblem mit sich. Die Jungen streben einen westlichen Lebensstil an, während die älteren Leute der afrikanischen Kultur treu bleiben wollen. Meine Strategie ist es, einen gesunden Mix zwischen modernen und traditionellen Werten zu finden und damit Bafut weiterzubringen. Die traditionelle Woche in Bafut hat acht Tage. Am achten Tag, dem sogenannten Mumeta, ist das Volk jeweils eingeladen, beim König vorzusprechen. Heute aber ist ein besonderer Sonntag. Der Fon nimmt eine Gruppe Bürger neu in den Palast auf. Bei dieser Zeremonie erhalten alle Frauen und Männer einen neuen Namen und haben danach das Recht, dem König ihr Anliegen vorzutragen. Aufgenommen wird nur, wer ein Huhn, Palmwein, Palmöl und etwas Geld mitbringt. Mumeta ist für die ganze Gemeinschaft und die königliche Familie ein Feiertag, an welchem den verstorbenen Herrschern des Königreichs gedacht wird. Diese früheren Könige beschützen den Palast und die Gemeinschaft auch nach ihrem Tod. Deshalb werden sie an Mumeta verehrt. Es wird zu ihnen gebetet und ihnen Respekt gezollt. Wir müssen ihnen Respekt bezahlen. Und deshalb ist es ein Tag, um alle Fonzen zu respektieren, um unsere Ancestoren zu bezahlen. Und um die Glück von unseren Ancestoren zu suchen.